Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu New Super Mario Bros. Wir sind hier auf der geheimen Insel. Im letzten Part haben wir geschafft, alle Sternmünzen einzusammeln. Und jetzt sind wir in der geheimen Insel. Lesen. Ach, hier kann man unsere Statistiken sehen. Hier sind die gesamten Münzen. Gesammelte Sternmünzen, plattgestampfte Gumbas, gesamte Items, gesamte drei Abmorde. Mit Yoshi erreicht ihr Ziel nur eins, mit Baby Yoshi erreicht ihr Ziel. 12, ein Zielfern gesammeltes Leben, 29, ausgelistet Zielfallwerke, 29, cool, erhalten, Applaus, 170. Geschnappt, aha, das ist die geheimen Insel. Statistiken, ziemlich cool zu sehen. Distanz auf Boost-Bulletten, Distanz auf Mini-Boost-Bulletten. Ah, okay, das funktioniert ja nur, wenn ich mit jemandem zusammenspiele. Aber cool, cool sowas. Also eine extra Insel, hätte es eigentlich sein müssen, aber naja. Und jetzt müssen wir in den Superstar-Bullover. Und jetzt begehen wir uns in die letzte Area. Superstar. Wie komm ich denn da oben auf diese Sterne? Keine Ahnung. Egal, wir fangen, natürlich bei eins an. Knochen, wann, gehen, gehen in den Himmel. Ach, cool. Da freuen wir uns ja noch auf, hä. Ach, aber... Ich weiß jetzt schon, dass ich das Level von Much afterspielen werden muss, weil es schwer in so eine Level direkt ausstellen muss, weil man nicht weiß, wann sie kommen. Okay, die ist aber schon. Ist aber. Tot. Brauchen wir nicht, okay. Okay. Aber, ey, das sieht so komisch aus, wenn man, ähm... Keinen... Wenn da keine Lachbar ist. Nein, hä? Hallo? Okay, zweite Stimme haben wir auch. War ein krasser Sprung. Aber wir haben ihn geschafft. Okay, wo ist die dritte, wo ist die dritte, wo ist die dritte, wo ist die dritte, äh... Oh, 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 oh. Ja, und da trifft mich das Drecksvieh schon wieder. Okay, wir sind klein, aber... Oh, haha. Ah, okay. Okay, 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 okay. Boah. Im ersten... Oh mein Gott. Ziel, 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 ziel. Ziel, 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 ziel. Ziel, 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 ziel. Bam! Im ersten Run. Alle drei stehen müssen. T, 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 t. Ich meine, wir haben zwei Power-Ups verloren, aber egal. Wir haben es an die Fahne geschafft. Alle drei stehen müssen. Bam! Wird zu einfach. Meine Fresse. Ah, sauber. Dürfen wir uns da auch noch Items abholen? Machen wir. Tenden wir Gebrauch. Ah, okay. Was? Propeller und Penguin? So, da sind die beiden, da sind die beiden, da sind die beiden. In der Mitte, Außen, Links. Okay. Ah, hau-sache, hier kommen so Oldie-Items wieder. Wie geil ist das denn? Der Penguin und der Propeller. Heh, heh. Ah, cool. Das wünsche ich echt cool, dass die Items mal wiederkommen. Was haben wir hier in Boulevard? Weitlaufen bitte. Nein, weiterlaufen bitte. Ah, superstar Boulevard. Ach nein. Schalter, 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 schalter. Was ist der nächste Schalter? Lauf, 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 lauf. Wo ist der nächste Schalter? Wo ist der nächste Schalter? Nein! Das war eine Sekunde, ne, Sekunde, da ist ein Scheiß-Level, da wurde zum Level, hab keine Lust mehr. Egal, okay. Auf jeden Fall, wir wissen, dass wir groß sein müssen, um an die erste Stern uns dran zu kommen. Es war jetzt nicht so, dass es unmöglich war. Lauf, 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 lauf. Aber das ist echt alles sehr knapp hier. Und jedes Mal muss man getypt springen. Ach, so, komm, 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 und, ach. Sauber, sauber, sauber. Und, bam. Nein, das war nicht geplant. Ich hätte dich so warten können. Nein! warum habe ich denn warum habe ich das versucht warum habe ich das versucht es ist es ist ein krasses level und dieser zeitdruck der macht es nicht leichter ansonsten als ich denke mal die andere stellen müssen sind eigentlich einfach zu erreichen aber durch den zeitdruck irgendwie macht das nicht leicht so den haben wir den haben wir auch das haben wir auch jetzt müssen wir nur noch hier dran kommen so verdammt fehlung und es ist es ist super star boulevard 2 es ist unangestellt schweißen unsreißen neben den schaffststädte stellen sie nicht Überflug Wind bei so so sauber verdammten sprunghandel verklappt sauber und lauf, 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 Mario nein, nein so schön und gleich das erste Level war, desto schwerer und schissener ist das zweite ok, komm, Mario, 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 Mario lauf, 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 lauf sauber es wäre gut, wenn wir am Ende nein, das geht gar nicht, nein, 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 nein verdammt, das haben wir so viel Zeit verloren oh, da muss ein Sprung nur nicht sitzen, Leute, ne da ist ein scheiß Level ein Sprung muss nicht sitzen, und das ist vorbei ja, ich überlege den Propellationen ah, das könnte mich beim Laufen behindern komm 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 jetzt top speed so, den haben wir gut gemacht ja, der geht auch gut, der geht auch gut und der hat auch noch gut funktioniert und und so, komm zack und weiter geht's schön komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch was ist das denn boah, ich war so weit und dann kommt das so was ätzendes jetzt geht das scheiß Teil so weit weg, ey boah, ok, Leute, du spruch jetzt kurz zur Konzentration komm, komm, lauf, 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 lauf so, super sprung scheiß sprung, guter sprung guter sprung super sprung, sauber, ok, hier davon sauber, ok, ok, ok ah, gut durchgestattet, gut durchgestattet, so sauber sauber komm, hoch, komm, hoch, komm, hoch, komm, hoch schön ey, warum geht diese scheiß Platte so weit weg meine Fresse ey, das ist jetzt so ätzend, das letzte Stück da wer weiß, was da noch kommt, ey den Anfang haben wir jetzt eigentlich, hab ich gut drin, den Anfang hab ich gut drin und was da noch so kommt, keine Ahnung was mich abfuckt, ist eben, dass diese scheiß Plattform sich einfach nach vorne bewegen wenn wir noch so f*** weit nach vorne gehen oh, 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 oh wow sauber, den, den Stadt haben wir richtig gut hinbekommen sauber, den haben wir auch gut hinbekommen gut hinbekommen nein verdammt ich mach es 10.000 mal und es klappt immer noch nicht hin den Scheiß Scooper nicht getroffen ich glaub nach dem Versuch versuche ich mal den Propeller dann ja, das Level will ich jetzt unbedingt noch schaffen natürlich wenn ich den Propeller hab, darf ich nicht diesen äh, Drehsprung machen, das könnte echt ätzend werden weil der nimmt viel Geschwindigkeit schon raus aber da gibt es Situationen, wo man sich gut treffen könnte mit so, so, und und Start in die nächste Runde in die nächste Runde sauber, sauber und gut sauber hey wie soll man da oben dran kommen haa haa wer, wie soll man das da ja ey, das hab ich doch viel zu wenig Zeit okay, komm, Propeller Mario du packst das jetzt, du packst das jetzt hm aber ich find's echt cool, dass du wieder da bist so, okay, komm 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 das darf ich nicht verkacken ansonsten ist das Ding weg hier schön, 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 schön gut bisschen läuft das als optimal ey, Mann sauber sauber, sauber, sauber nein sauber ach gut, dass wir den Propeller genommen haben, Leute ohne den Propeller hätte ich das nicht geschafft uuuh, aber der letzte Schalt ist echt scheiße die Münze ist auch echt scheiße gelegt, ey, aber bam 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 geschafft, Leute, geschafft gut, Leute, das fassen auch für diesen Part zwei Level in der Star Road also, bis dahin und ciao